Ja, ihr Lieben, bevor ich nun als zweite Teil hier losgehe, wollte ich sagen, es gibt eine neue Aktion. Und zwar gibt es einen 40-Euro-Gutschein, also diesmal kein Prozent, sondern ein satter 40-Euro-Gutschein auf all meine Bundle-Pakete. Also Bundle ist ja so neudeutsch für mehrere Kurse zusammen. Also da gibt es so viele beliebte Pakete, wo so meine Hauptkurse drin sind und solche Sachen. Es gilt bis Sonntag und der Kurs-Code heißt Bundle40, also Bundle40, ich schreibe es auch noch mal hier unter das Video oder hier direkt rein. Und außerdem gilt er für den Libysche Pro-Kurs, das ist der Kurs, den man so quasi als letztes oder mehr zum fortgeschrittenen Stadion macht, wo man auch mal eigene toxische Anteile sich anguckt und so weiter. Ja, viel Spaß damit.